Ja, ich denke, dass wir heute im Vergleich zu gestern ein ziemlich gutes Spiel gemacht haben. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet. Leider verfolgt uns das diese Saison so ein bisschen die Chancenverwertung. Aber ich bin mit der Defensivleistung eigentlich insgesamt zufrieden. Ich denke, wir haben das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Köln unter Druck zu setzen, immer wieder Druck auf den Ball zu bekommen. Es ist uns gut gelungen. Ja, wie gesagt, schade ist, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Daran werden wir weiter arbeiten und schauen, dass wir da besser werden.